Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penread Music und heute geht es um das neue Album von Tschörner Sternberg, I've Got Me. Tschörner Sternberg hat eine außergewöhnliche Stimme, an die man sich vielleicht noch ein bisschen gewöhnen muss. Also ich denke, nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wird sofort so richtig begeistert sein, wenn man diese Stimme hört. Dennoch muss ich sagen, ist Sternberg mit 31 Jahren wirklich auf dem vorläufigen Höhepunkt der Karriere angekommen. I've Got Me ist ein Album voller berührender, voller fast schon unschuldiger, teils aber auch sehr euphorischer Songs, die vom wunderbaren Storytelling von Sternberg getragen werden. Das ist wirklich sehr herausragend. Sternbergs Musik lebt hauptsächlich von Intimität und von Rohheit. Es ist alles sehr, ich würde schon fast sagen, eben auch ein bisschen unschuldig, aber sehr direkt, sehr klar. Hier wird Falk mit jessigen Arrangements vermischt und natürlich mit aktuellen Themen textlich auch aufgewertet, aufgefettet oder garniert. Die zwölf Tracks, die wir auf diesem Album bekommen, die handeln von Liebeskummer, von toxischen Beziehungen, von Liebe allgemein, vom Ausgenütztwerden und vom Füreinander-Dasein. Also es gibt dieses Schlechte und dieses Positive auf diesem Album gleichermaßen zu finden. Diese Platte verschreibt sich dem Motto, würde ich sagen, weniger ist mehr. Also teilweise sind die Arrangements schon sehr, sehr dezent. Es gibt fast nur eine Gitarre oder manchmal nur ein Klavier. Das Songwriting ist sicherlich der ganz große Star, neben eben der Stimme von Jonas Sternberg. Alle anderen Instrumente fühlen sich ein bisschen wie Add-ons an, aber die sind sehr gelungen. Wie gesagt, die müssen nicht ganz groß aufwendig gestaltet werden, um trotzdem einen durchgehend angenehmen und auch, würde ich behaupten, einen sehr passenden Rahmen für dieses ganze Album zu bilden. Man kann auf diesem Album sicherlich die eine oder andere Band heraus sein. Und ich würde sagen, die, die am meisten auffällt, ist Big Thief und Adrian Lenker. Da liegt der Vergleich ziemlich nahe. Man startet hinein mit dem titelgebenden Song I've Got Me. Wirklich eine sehr schöne Ode an sich selbst, weil man sich denkt, wenn alle Stricke reißen und man wieder mal von dieser und jener Person so richtig im Stich gelassen wird, dann kann man sich immer noch selbst feiern. Und ja, das ist eben auch diese Botschaft, die Jonas Sternberg auf diesem Song so richtig ausnützt und eben auch nutzt, um sich selbst aufzumuntern. Man hat auch wirklich das Gefühl, dass man sich hier selbst nach vorne treibt und nimmt einen ausgewogenen Drive im Laufe dieses Songs auch mit. Also da ist wirklich immer ein bisschen Bewegung dabei gewesen, ein sehr schöner Opener. Teilweise hat man auch das Gefühl, in einem gewissen Disney-Film zu sein. Es ist so, dass dieser nächste Song, den wir bekommen, nämlich I'll Be With You, der hat eine ganz großartige Unschuld zu bieten, etwas ganz Feines, etwas fast Niedliches eben. Sehr was Unschuldiges. Dasselbe kann man dann auch über den Song I'll Make You Mine sagen, dass mehr von der Gitarre lebt, während eben der vorgenannte Song ziemlich vom Piano getragen wird. Diese zwei Instrumente sind sicherlich diejenigen, die am meisten neben der Stimme eben glänzen dürfen. Sehr treffsichere Songs, die Jonas Sternberg hier bietet. In People Are Toys To You habe ich mich sehr leicht verlieren können. Ich denke, das geht sehr vielen HörerInnen so. Die Melodie ist einfach und effizient, während Joanna darüber singt, wie beschissen Menschen andere Menschen eben behandeln können. Also das Thema ist wirklich ganz was anderes, wie man vom musikalischen Instrumentalen her bekommt. Das ist wirklich ein klassisches Exempel, dass eben diese beiden wichtigen Kategorien eines Songs so richtig auseinanderziehen können. Aber trotzdem, es passt wirklich sehr gut zusammen. Ein Klavier eröffnet und prägt dann auch den Song Drifting in a Cloud, ein sehr leichter, ein sehr unbeschwerter Song. Hier bewegen wir uns zwischen den Klängen und lassen uns dann auch von Jonas Gesang so richtig verzaubern. Das geht da wirklich wunderbar zusammen. Auf Mountains High zeigt Jonas Sternberg dann abermals diese Klavierfähigkeiten, die man einfach besitzt. Wirklich sehr toll. Eine aufbauende Ode an sich selbst und einmal von sehr opulentem Pianospiel. Also das ist wirklich mal so richtig mächtig und auch wirklich sehr schöne Sachen, weil man hat das Gefühl, dass diese Klänge dann auch sehr gut zu diesem gewählten Titel passen. Es geht wirklich sehr euphorisch nach oben, wirklich auf die Berge. Sehr schön gemacht. Stockholm Syndrome, einer der nächsten Songs, der assoziiert dann eine Beziehung. Wir bekommen wirklich sehr straight mit, was zwischen zwei Personen geschehen ist und wie sich Joanna ausgenutzt gefühlt hat. Auch hier besticht die Musik durch sehr sanfte Gitarren, die eine herrliche Melodie vorgeben und eben auch dem Gesang. Also das ist wirklich was, was sich einfach durch das Album durchzieht. Das Warten auf den Schwarm, egal wie der derzeitige Beziehungsstand von diesem Schwarm auch aussieht, wird in Right Here besungen. Also da wartet man einfach, man ist da wirklich bedingungslos mit dabei. Und auch wenn man weiß, dass da eigentlich überhaupt nichts passieren kann, dass dieses Subjekt der Begierde wirklich überhaupt keinen Bock drauf hat, man kann nicht ohne es überleben. Auf diesem Album findet man sowohl kräftige und sehr laute Seiten, aber hauptsächlich sehr ruhige und bedachte. Und da gibt es auch einen klassischen Fog-Song, nämlich The Love I Give. Nur einmal wird dann richtig mehr ausgebrochen. Da stehen eben diese sehr lauten, kräftigen Seiten komplett im Vordergrund. Das ist im Song The Human Switch. Das stellt schon eine gewisse Rockballade dar. Da gibt es eben diese Vermischung aus E-Gitarren und Klavierakzenten. Das ist keine schlechte Sache. Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Song so richtig perfekt in dieses Album sich integrieren kann und ob auch der Gesang von Janice Dörnberg hier so richtig drauf passt. Also es ist ein guter Song, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es den gegen Ende hin wirklich gebraucht hätte. Dieses Album im Allgemeinen vergeht aber wie im Flug. Es dauert 33 Minuten. Hätte für mich noch ein bisschen länger dauern dürfen. Dennoch sind trotz aller toxischen Themen, die auf diesem Album besprochen werden, sämtliche Lieder gespickt mit einer wahnsinnig einnehmenden Unschuld, mit einer ganz großartigen Aufrichtigkeit auch, dass man diese Platte eigentlich nicht nicht mögen kann. Also sie ist wirklich zum Verlieben da. Es ist sehr starke Songwriting fürs Herz und ich kann diesem Album auch 8,3 von 10 Punkte geben. Das war die Review zum neuen Album von Janice Dörnberg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte liked es, abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare, wie es euch damit so geht. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Penread Music. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und ciao.